Die Schlacht bei Stoney Krieg vom 6. Juni 1813 zwischen britisch-kanadischen und amerikanischen Truppen fand während des britisch-amerikanischen Kriegs in Kanada in der Nähe des Ontario Sees statt und endete mit einem britischen Sieg. Nachdem die amerikanischen Bemühungen zur Eroberung Kanadas 1812 durch die Niederlagen bei Queenston Heights und Frenchmans Krieg gescheitert waren, begannen die Amerikaner im Mai 1813 eine neue Offensive. Eine 7.000 Mann starke Armee unter Generalmajor Henry Dearborn und Flotteneinheiten unter Commodore Isaac Schonjah eröffneten die Offensive mit einem amphibischen Angriff auf das nahe der Mündung des Niagara River in den Ontario See gelegene Fort George. Die 1.400 Mann zählenden Verteidiger unter Generalmajor John Vincent, zu denen reguläre Armee-Einheiten, Territorialtruppen und Milizen gehörten, verzeichneten 52 Tote, 360 Verwundete und Vermisste an Verlusten und mussten sich angesichts der erdrückenden amerikanischen Übermacht zurückziehen. Die Briten gingen entlang des Niagara River zurück und konnten ihre Zahl trotz des Abzugs der Milizen durch Verstärkungen auf 1.600 Mann bringen. Vincent marschierte zunächst an die Burlington Bay am Ontario See, wo er Nachschub durch die britische Flotte unter Kapitän Sir James Lucasio erhalten konnte. Seine Nachschublinien entlang des Niagara waren durch den Verlust von Fort Erie und Fort George unterbrochen worden. Bei den in Fort George stehenden US-Truppen übernahm Brigadegeneral Winfield Scott wegen einer Krankheit Dearborns das Kommando. Scott detachierte 3.000 Infanteristen, 150 Kavaleristen sowie eine Geschützbatterie mit vier Feldgeschützen unter den beiden Brigadegeneralen William Winder und John Chandler, die nach Westen vorstoßen und einen Zusammenschluss der Truppen Vincents mit der britischen Garnison von Detroit verhindern sollten. Am 3. Juni marschierten die Amerikaner ab. Am 5. Juni erreichten sie den kleinen kanadischen Orts-Toni-Krieg, wo sie etwa 10 Kilometer entfernt von Vincents Standort auf den Burlington-Höhen lagen. Die Briten wurden von einem jungen Einheimischen namens Billy Green gewarnt. Vincents Stellvertreter Oberstleutnant John Harvey führte eine Patrouille zum amerikanischen Lager, stellte fest, dass es schlecht organisiert war und wenige Wachen hatte und empfahl einen nächtlichen Überraschungsangriff, zumal man durch einen Spion die amerikanische Parole erfahren hatte. Vincent wählte für den Angriff 700 Mann aus zwei regulären Armee-Einheiten aus und übertrug das Kommando an Oberstleutnant Harvey. Die von Billy Green geführten Briten erreichten das Lager um zwei Uhr morgens und griffen es mit aufgepflanztem Bayonett und indianischem Kriegsgeschrei an. Die Amerikaner hatten das Lager allerdings für die Nacht geräumt und sich auf höheren Grund zurückgezogen. Während die Briten ihre Musketenluden und Gefechtsreihen bildeten, formierten sich die Amerikaner und eröffneten das Feuer auf die nun in einer Falle sitzenden Gegner. Dort gab es erhebliche Verluste und große Verwirrung. Während die Briten schon begannen zurückzuweichen, stürmte ein Kommando von etwa 20 Soldaten unter Major Charles Splendalee die Geschützstellung der Amerikaner, drehte die Kanonen um und nahm ihre bisherigen Eigentümer unter Feuer. In der Folge kam es zu einem chaotischen Nachgefecht, bei dem sowohl die britischen als auch die amerikanischen Offiziere völlig den Überblick verloren. Brigade General Chandler geriet in Gefangenschaft, als er Truppen neu zu formieren versuchte, die sich als Briten herausstellten. Auch Winder fiel in die Hände der Briten und das Kommando ging an den Kavalleriobers James Byrne über. Byrne hielt mit den greifbaren Offizieren eine Besprechung ab und befahl wegen Munitionsmangels einen Abbruch des Kams und den Rückzug nach Forty-Mail-Krieg am Seeufer, wo die Truppen Nachschub durch US-Kriegsschiffe erhalten konnten. General Major Vincent, der seinen Truppen hinterher geritten war, geriet ebenfalls beinahe in Gefangenschaft, verlor die Orientierung und stieß erst am 7. Juni wieder auf seine Soldaten. Die Briten behaupteten zwar das Schlachtfeld, hatten aber mit 214 Toten verwundeten und vermissten etwas höhere Verluste als die Amerikaner, die 168 Mann verloren. Trotzdem hatten sich nur 700 Briten gegenüber 3000 Amerikaner behaupten können, nicht zuletzt wohl, weil diese den Rückzug antraten, ohne sich ihrer großen Überlegenheit bewusst zu sein. Die Amerikaner wurden am 8. Juni in ihrem Lager bei Forty-Mail-Krieg von britischen Kriegsschiffen unter Feuer genommen und zogen sich daraufhin fluchthartig nach Fort George zurück, wo sie begannen, die Verteidigungsanlagen zu verstärken, statt erneut in die Offensive zu gehen. Obwohl das Gefecht von der Anzahl der beteiligten Truppen ohne große Bedeutung war, spielte die amerikanische Niederlage doch eine Schlüsselrolle beim Misserfolg des US-Feldzugs von 1813 und damit beim Scheitern der geplanten Eroberung Kanadas.